Hi, Sebastian Reiners hier. Ja, heute mal ein Video aus unserem verregneten Stadtteil. Kein schöner Anblick, aber wie ich immer sage, stay positive. Immer positiv, immer gut gelaunt bleiben. Das heutige Video soll diesmal keine Motivation sein, obwohl ich mir sicher bin, dass das gestrige Video vielen von euch sehr viel weiter geholfen hat, mental. Das heutige Video soll sich darum handeln, wie man seinen Erfolg im Network Marketing verdoppelt, verdreifacht oder einfach sogar vervielfacht bis zum geht nicht mehr. Ich habe dafür einen ganz einfachen Plan, den ihr einfach nur ausführen müsst, um auch erfolgreich zu werden, beziehungsweise um noch viel erfolgreicher zu werden. Ich werde einige von euch ansprechen, die bereits erfolgreich sind. Da kenne ich auch einige, die wirklich schon richtig gut mit ihrem Network verdienen. Leider ist es aber so, dass 95% der Leute nicht das Geld verdienen, was sie sich erhoffen. Wahrscheinlich bist du, und das ist eine große, ja, ich denke mal, dass du so auf diesem Niveau bist, dass du weißt, was eine Namensliste ist. Ja. Du nimmst diese Namensliste und gehst einfach mal weg von dieser Namensliste, ja. Ich gehe noch in den nächsten Tagen auf die Benutzung der Namensliste ein. Schritt Nummer 1. Du musst dich auf eine bestimmte Zielgruppe fokussieren, ja. Du musst herausfinden, was ist meine Zielgruppe, ja. Wen möchte ich ansprechen? Es reicht nicht, mit einer Shotgun auf eine Deutschlandkarte zu schießen und nichts zu treffen, ja. Du musst dich genau spezialisieren. Anschließend, wenn du deine Nische gefunden hast, ja, musst du dich innerhalb dieser Nische positionieren. Du bist dann im Zentrum dieser Nische, dieser Zielgruppe. Und dann wirst du Output schaffen, ja. Du wirst Output schaffen an deine Zielgruppe und dich somit als Experten positionieren. Du wirst ihnen Mehrwert geben, du wirst ihnen Tipps geben. Du wirst ihnen helfen, erfolgreich zu werden. Und weil dieser Output, den du an deine Zielgruppe gibst, deine Zielgruppe erreichen wird, weil deine Zielgruppe auf der Suche nach deinem Output ist, wird Input folgen, ja. Also die Leute werden auf dich zukommen und werden sich für dich interessieren und für dein Geschäft. Hauptsächlich aber für dich, weil sie ja nichts von deinem Geschäft erfahren, sondern Tipps von dir. Dadurch erreichst du eine unglaublich starke Beta-Position. Und anschließend kannst du diese Interessenten total einfach in Kunden und Geschäftspartner umwandeln. Warum? Sie sind im Network Marketing tätig oder interessiert daran. Sie mögen dich und es ist ihnen völlig egal, was für ein Geschäft du hast. Sie werden zu einer unglaublich hohen Wahrscheinlichkeit bei dir einsteigen. Vollführe diesen Plan und wenn du nicht genau weißt, wie du dich in einer Nische positionierst, wie du deine Nische aussuchst, wie du Output schaffst und wie der Input dann folgt, dann nimm Kontakt mit mir auf. Meine Kontaktdaten findest du unterhalb des Videos, wie immer natürlich. Nimm Kontakt mit mir auf. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann und ich verspreche dir, dass ich dich zu einem absoluten Experten machen kann. Mach's gut, nimm Kontakt mit mir auf. Zum dritten Mal jetzt, ja. Wir sehen uns. Dein Sebastian. Ciao.